Sie kommen zur nächsten Folge von STI Skylines ich habe nämlich ein kleines Problem der Strom reicht nicht aus und zwar bräuchten wir dann noch ein weiteres Windkraftwerk nur durch auch wie gesagt um noch das nehmen gucken wie viel das jetzt Strom produziert immer noch nicht genug immer noch nicht es gibt ja mal 8 das heißt wir bauen uns einfach noch hier einen hin und hier einen hin und dann müsste es ausreichend sein Strom hier immer noch nicht ausreichend zumindest sehr sehr knapp können wir hier mal so ein Ding hin bauen das ist nämlich auch wieder geklärt geklärt ist das dann hier hinten ist ja eh verschmutzung da können wir mal so ein schönes Teil aufbauen vielleicht auch zwei ich will ja nicht gleich übertreiben die können nämlich erstmal die hier abholen 36 Prozent ja die Ampel die wird gut angenommen habe ich was Gutes gemacht hier hinten haben wir Probleme mit der Entwässerung das kann gut möglich sein das kann sehr gut möglich sein ich will jetzt weggehen genau Strom haben sie das ist doch gut das ist doch sehr gut aber das die explodieren auch ein bisschen oder habe ich so das Gefühl wir fahren sehr viele diesen Kreisel nach oben um dahinter zu gelangen könnte auch gut sein dass wir diesen Kreisel ein bisschen entlasten wenn wir sagen das hier nach oben so erstmal bis hier so so man schmalung so das wird nämlich auch super angenommen es wird sehr gut angenommen das ist ja auch ein bisschen stoppen kann ich das ja irgendwie updaten ganz kurz der letzten wagen ja noch vorbeifahren lassen wenn ich das hier update kann ich doch sagen dass ich es hier dann noch so weiter ziehen hm hm ah so geht's so geht es gut gut haben wir ein bisschen hier was getan im geschehen das funktioniert auch soweit gut noch klappt das ganze die waren jetzt wieder mehr oh was habt ihr denn hier ein verstorben muss transportiert werden dann machen wir das doch Ambulanz und da freut sich alle sind sie alle happy was ist das hier ist Sauna cool eine Sauna guck mal da oh da haben wir schon eine oder oder was ist das also eine Krankenstation eine Sauna eine Sauna wo hat man die hin am besten hier oder so hier Sauna schaut die aus Sauna cool eine Sauna die brauchen hier mehr Arbeiter hier hier nicht genügend Arbeiter alles kommt sofort kommt sofort und zwar bauen wir da hier noch ein bisschen an da können wir ja auch sagen dass wir da hier so eine Allee durchziehen ist jetzt gerade ich möchte da jetzt ja nichts mehr wegreißen genau und dann hier die Straße so weiter ziehen naja machen wir mal Aller 2 Aller 2 ach das ist wieder aus so so hm ach das macht sich zu ne das möchte ich nicht das möchte ich nicht ich möchte gern hier einen Fußweg haben von hier bis hier von hier bis hier dann könnt ihr mich da in Frieden bauen so wenn ihr wisst wie ich das meine äh kommt auch die Straße nochmal weg tun wir das doch nochmal ohne Snip machen aber dann hier vorn ne das schaute schon besser aus ja machen wir es so und dann wieder ach ne jetzt haben wir uns nicht wieder mit dem drangetan na egal egal so und weiß man das noch alles als Wohngebiete aus natürlich natürlich müsste ja auch noch ein bisschen Wasser verlegt werden und da ist das hier ein ne ok ein großer Wohnkomplex ich meine nochmal ein bisschen aus und hier in der Seite zumindest hier genau nochmal diese Sachen Industrie wird ein bisschen gefragt aber da ist ja hier noch lange nichts ausgebaut so die brauchen Arbeiter jetzt habt ihr Arbeiter das könnt ihr ja fleißig bauen mit so einer Hauptstraße in der Mitte und diese werde ich jetzt irgendwie hier drunter lang führen am besten so 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 da kommt die hier raus drüben haben Müllprobleme was sind das hier Entleerung ok nicht genügend Arbeiter immer noch nicht nicht genügend Arbeiter ihr könnt doch hier bauen na die bauen jetzt erstmal na der Streifen geht schon runter wir machen Minus gerade also es ist nicht gut wenn wir Minus machen kommt die Müllabfuhr nicht hin wir haben immer noch keine Arbeiter wartet mal kurz ab dann müssen wir kurz hier mal ein bisschen Nachhilfe schaffen wenn wir jetzt sagen müssen wir ein kleines Arbeiterviertel hinbauen oder was sagte der Lärm also in der Mitte geht's ne machen wir das doch einfach so so können sie sich ja austoben und das ganze noch mit Wasser so perfekt die bauen da hier schon fleißig Bildung Amin Schule Grundschule, Oberschule, Universität okay anscheinend haben wir da noch keinen ich setze da hier mal eine Schule hin das sind die hier drüben zumindest gebildet okay das ist eine Universität die Straßen sind jetzt auch gut gefüllt das funktioniert das funktioniert einwandfrei und sind die hier gerade ein bisschen wieder angearscht muss ich ehrlich zugeben aber das werden sie schon ab können wir haben auch mal sehen ob wir ja muss man schon mal gucken das ist das ist Vielen Dank.